Hallo, der Kalaner hier. Wir spielen Ronde Left for that 2. Heute nur mit der Genie und direkt geht ja gleich gut los. Ich stelle mich einfach aufs Auto. Oh, Puma. Ja, siehst du, der Coach, der kann wenigstens was. Okay, rechte Maustaste war zuschlagen im Nahkampf. Oh, nein, ich krieg schon nichts. Ah, der Zupi. Hey, wer hat auf mich geschossen? Ja, ich weiß nicht. Nein, du schaltest ja neben mir. Nick, die dumme Sau. Oh, deine Flasche. Was ist das für eine Flasche? Ein Molotov-Cocktail, hey. Ich stelle, bleibst es dann. Oh. Äh, oh. Ist das hier irgendwie leichter oder kommt es mir oder so vor? Ich glaube, die Map ist irgendwie leichter. Ich hab da gerade ein Zombie den Kopf abgeschossen. Das hab ich auch noch nicht gesehen. Huuuuh, ein Kotzer. Ich glaub, wir müssen da hinten irgendwo hin, weil... Huuuuh, hinterm Bus, hinterm Bus, hinterm Bus. Ich hab auch schon gelesen, ähm, hat einer kommentiert, oder eine, dass es hier sogar ein Katana gibt. Die Katana? Hey, don't shoot the car. Mann, ist der da hinten so gut. Ohohohohohohoho. Ich muss mal zwischendurch da gucken, wie sie da doof in der Gegend rumstehen. Das sieht echt lustig aus. Hm. Ey, was ist das? Ich weiß es nicht. Das hört sich ein bisschen... Das hört sich irgendwie nach... Hier fliegen Blätter. Regen. Scheiß! Ich bin kerstört. Sturm! Ich glaub, wir müssen hier in das Geschäft. In die... Hast... Hast'n Ringsturm? Nee, leider nicht. Eine Flasche. Ja, Leute, kommt rein hier. Jetzt stehen die da hundert... Dumm wie hundert Meter felsig da draußen rum. Also... Wie war nochmal Taschen... Ah, F. Huuu. Alter. Du wolltest ja durch die Tür kommen. Reloading. Hier ist jemand von mir. Okay. Ich höre hier irgendwie... Bad Grosches. Bissen? Äh, hinter dir. Wollen wir nach oben? Joa. Aber ich hab'n Flöschchen hier mit Feuer. Oh. Oh, fuck. Ein Granatwerfer? Jo, go. Wow. Mensch, das ist der Benzin-Kanel. So. Ist hier oben was? Ja, extra Benzin-Kanel ist da hier schon in den Flur gelegt. Oh, heil. Oh, F. Oh, fuck. Entschuldigung. Wie soll ich dich heilen? Wo bist du denn? Hm, ich hab' noch. Ich hab' noch selber. Ah, das ist okay. Ich hab' gedacht, extra schön in meinen Zinkanister da eben mitten im Weg legen und dann hochgehen lassen. Du musst mal aufpassen, weil ich hab' so'ne Mega-Wummer hier. Äh, äh. Dann lass' ich dich mal vorgehen. Hey, hehehe. Alter! Wie sie? Alter! Geil, ne? Die ist voll cool. Ja, die hatte ich bei unserer letzten Tour ja auch, wo ich danach aber leider immer wieder gestorben bin. Geil! Geil! Ein Splitter! Hier ist geil! Ich hasse Splitter! Geil! 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 ject! Erstmal mal tot oder was? Jetzt ist er tot. Jetzt, jetzt. Zusammenhören und überleben. Ja, das ist schon klar. Äh, wo bist du? Warte mal, ich heil dich rein. Im Treppenhaus. Ja, warte, warte, warte. Ich muss auch mal eine bessere Waffe finden. Koffe mich, bitte. Ich passe auf, dass von oben nichts kommt. Boah. Alle Tüte hier. Ich lache mich kaputt, wenn hier unter der Treppe noch was liegt. Habe ich dich gerade nicht geheilt? Ich glaube, du hast dich selber geheilt. Oder? Mit... Ah, ja, warte, warte, warte. Danke. Danke. Ich habe dir jetzt... Das geht auch. Ich sollte die Mauftaste auch mal loslassen. Oh, cool. Hier liegt ein Medikid. Hey, wir müssen diese brauchen. Okay, dann heil ich mich mal in. Ich glaube, da kommt noch was. Rechts. Immer in einem Raum. Oh, da ist eine Truhe. Hier ist eine Truhe. In dem Raum. Ja, geil. Wow, da ist denn hier alles drin. Ja, geil, geil. Oh, der sieht aber auch nicht gesund aus. Der wurde angefressen. Guck dir mal seinen Hals an. Und ungesunde Gewichtsfarbe hat er auch. Jetzt soll ich den Arzt gucken. Ich glaube, der kommt zu spät. Okay, schießen kann man auch nicht auf den. Kannst den ja beerdigen. Wo willst du denn dann? Ich wollte nur gucken, ob man da vielleicht irgendwie vom Fenster aus was machen kann. Ah. Oh, irgendwie habe ich hier bei... Ja, hier habe ich ein ungutes Gefühl. Bumbe. Ich hole mal ganz schnell eine neue. Liegen ja genügend hier rum. Ey, die Waffe ist so hammer. Jockey? Ey, ich habe ihn. Schade, hier ist nichts. Schade. Okay, wo müssen wir lang? Müssen wir hier links oder müssen wir rechts? Ich kann ja ausdüfteln. Also wir sind ja irgendwie von da hinten gekommen. Also ich bin für rechts. Ich auch. Ach da. Da ist nichts. Doch, hier liegt doch was. Rufwunde. Joa, ich habe aber. Man kann ja blöderweise immer nur eine. Da oben sind wieder Zombies. Da oben sind wieder Zombies. Bäm. Geil, oder? Oh, ich mag große... Großkalibrige Waffen. Okay, irgendwo ist hier noch einer. Ja, da oben. Zeug ist nicht gleich ab. Nee, gar nicht. Aber ich meine das. Da oben. Reloading. Das Geile ist, die Säure kommt hier nicht auf das Auto rauf. Kriegst du da Schaden ab, wenn ich da... Von hinten kommt es? Okay, ich glaube, wir sollten in Bewegung bleiben. Den Fehler haben wir letztes Mal schon gemacht, dass wir... Äh, wenn wir rumstanden, ne? Ja. Weil wir nicht wussten, wohin. Mhm. Ich weiß auch nicht, wo wir hin müssen. Mann, geh doch mal auf den Weg hier. Das Laden ist ein bisschen doof. Also, bei der Waffe. Mhm. Ich kann hier gar nicht so schnell laden. Wir gehen nach oben. Ja, ist auch der einzigen. Oh, irgendwo ist hier eine Wedge. Oh, scheiße. Von hinten. Äh, da oben. Von oben. Okay. Ich glaube, wir sollten einfach... Uh, da kletterte was die Wand hoch. Was ist das denn für einer? Keine Ahnung. Oh, ich habe keine Munition mehr. Schnell, hier rein, hier rein, hier rein. Die Tür können wir nämlich zumachen. Ach, der Coach ist doch... Mann, komm rein, du Horst. Mann, Coach. Mach keinen Scheiß. Huah! So, Tür zu. Ich höre ein paar deine. Dann nehmen wir ein Fenster, ne? Hehehe. Vor allen Dingen, durch die kaputte Tür, dass sie dann hier einfach durchschießen, ne? Äh, keine Munition hier? Oh, ich habe zwei Waffen. Wie, du hast zwei Waffen? Ich will auch. Hä? Du hast auch zwei Pistolen, oder was? Ja, aber ich habe eigentlich auch noch die große Waffe, aber ich habe keine Munition. Ah, jetzt habe ich auch zwei Pistolen. Keine Munition. Reloading. Reloading. Der dachte wohl, der kann sich verstecken. Der lebt auch noch. Oh, Entschuldigung. Äh. Hehehe. Entschuldigung. Will ich kommen, bitte. Hier liegt nicht mal was. Armer Slunt. Okay, ich glaube, wir müssen nach oben. Selbst in der Waderwanne ist nichts. Oh, oben. Puh. Ey, halt hier immer nicht. Dann wollen wir mal. Oh, das sieht doch aus. Lagerhalle. Oh, hier ist sogar. Baugerüst. Zement. Also, wir könnten. Wir könnten hier die Tür zumauern. Oh. Alter, die kommen hier hoch. Ich glaube, wir sollten ganz schnell die Treppe hoch. Wow. Oh, hier liegen. Hier liegen, ähm, Schrot, äh, Schrotflinten. Wo? Wo ist die? Hier oben. Ah. Nehme ich eine Schrotflinte? Nehme ich... Ja. Ich glaube, das nehme ich auch. Aber wenn hier auch nochmal eine Zone liegen würde, wäre das auch mal... Das wäre schön. Oder Medi, Medi wäre auch nicht schlecht. Oh, hier ist eine Kiste mit Rohrbomben. Ja, ich finde das ein bisschen blöd, dass man nur eine Rohrbombe immer gleichzeitig tragen kann. Tja. Also, ich würde mir unter mein, äh, in mein Gürtel direkt gleich drei, vier Stücke reinklemmen. Waren wir hier unten schon, hier in den Einraum, und da ist noch ein Badezimmer, aber hier ist nichts. Alles gleich und ab, raus da, Geronimo. Raus, 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 go, 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 go. Geronimo, hier. Also, irgendwo müssen wir ja hin, ne? Aha. Und hier ist ein Bus. Oh. Ah, ich bin runtergefallen. Oh, 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 oh. Scheiße, scheiße, scheiße. Und ich komme nicht wieder hoch, ne? Oh. Oh. Oh, 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 oh. Okay, müssen wir die, müssen wir die Treppe hier wieder hoch? Nein. Ich, ich hänge hier fest. Was? What? Ich hänge hier zwischen dem Auto. Und dem Zaun. Ah, jetzt kann ich hier springen. Gut. War zu schön war, ne? Und nochmal hier hoch. Yay. Aber diesmal nicht runterfallen, ja? Nee, nee. Pass auf, da fallet er nicht runter, ne? Ich glaube, der war das nämlich gerade, der mich mit seiner Zunge hier runtergezogen hat. Ah, bestimmt. Ähm. Hallo, der Kalender hier. Wir spielen Runde Left 4. Der 2. Heute nur mit der Genie. Nein, nein. διαvollziehen.